Und weiter geht's. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht, ich schwitze noch. Tarte Einheit 2. Wieder für den Monster. 100 Hampelmänner. Die Fitness Fortgeschrittenen 50 Hampelmänner. Und alle anderen, die es ein bisschen ruhig angehen wollen, die machen 30 Hampelmänner. Achtet auf die Technik. Wie gesagt, Schulter rüberlassen und immer schön oben und unten zusammen. Und das im Wechsel mit Liegestütz unten halten. So 30 bis 60 Sekunden. Wer ihm sehr, sehr schwer fällt, der kann auch auf die Gliel gehen und sich hier halten. Ihr guckt mal, was ihr rausholen könnt. Und wenn ihr das Ganze habt, 1 bis 2 Minuten Pause. Und wie gesagt, 5 bis 10 Minuten. Bleibt stark, bis gleich.